Hallo meine Kinder, also willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Könnt ihr beide mal am Maul halten? Ich mache hier gerade die Anmoderation. Was für ein Shit, ey. Ähm, die Kannibalen von letzter Folge. Haben uns in Gefangen gehalten. Leider fehlt Kenny's Family hier und... Fehlt sonst noch jemand? Irgendjemand fehlt noch. Na egal, das ist jetzt unwichtig. Mit Clementine haben wir schon geredet. Ich rede natürlich gerne nochmal mit ihr. Kann ich helfen? Sure honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. Dad, this isn't helping. Okay. Kisten. Don't wanna know what kind. I'll break that damn door down. Dad, you can't get... Easy. Oh God. Dad? Dad! 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 Uh oh. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead. Somebody help me. Fuck. If he's dead. He's not dead. He's not dead. What has to happen, Leigh. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, 300 pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead! Hmm. We can't kill him if he's not dead, Kenny. Remember how hard it was for you to get that monster off of Katya? And Larry's twice his size. It's him or us. Kenny, listen. Don't think I forgot about what you said at the drugstore. When you all thought Doug was bitten. Well, I'm just doing the same thing. Except Doug wasn't bitten. And we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Leigh. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Come on. Come on. Lee! Is he breathing at all? No. No, I don't think so. Okay. Let me take over. Keep checking this pulse. Are you stupid? He's gonna turn. You putting all of us at risk, you son of a bitch. You're fucking worthless, Lee. What the fuck? Kenny Chuma. Kenny. What the fuck? I'm so sorry. I just. It had to be done. You don't know that. Yes, I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. I'm sorry. I know. Don't you fucking touch me. Oh, Clementine. Come on. Are you okay? Is it over? Yes, for now. But we still need to find a way out of here. Aww. I know. I know. But you have to be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? 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 Some place safe, where no monsters can get you. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Holy shit, eh. I'm sorry, Lee. Ich rede mal mit ihr. Ich meine, ich war nur wirklich auf ihrer Seite. Da kann sie echt nichts sagen, eh. You're still alive, Lee. You're still alive. Hmm. You have to think about saving your own life now. It's what he would have wanted. Ganz schön krass. Okay, darum ein Lüftungsschacht. Ey, ich muss mal mit Kenny reden. Das geht echt nicht, eh. Du bist ein behindert, Junge, oder wat? You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we wanna survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. You talk a bit gay. But could you do the hard thing if it was Katja or Duck? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know the St. Johns might have- No! They need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. And no doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just gotta get to them. That's all. Hmm. Hmm. I'm sorry, Maria. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws. The multi-tool. Hmm. 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 Hmmm. That's how I thought. Do you mind making any other screws? How else? Kenne ich vielleicht eine Münze? Ich hätte noch eine Option mit ihm. Ähm, wir müssen zusammenarbeiten. Ich würde es dir nur ungern fragen, aber ich muss wohl. Gott weiß, du wirst Zeit, Lili. Aber wenn wir rauskommen, brauchen wir deine Hilfe. Und Larrys. Ich denke, ich hätte einen Weg raus gefunden. Aber ich brauche etwas, um die Schrauben zu entfernen. Wenn du etwas, was ich für einen Schrauben benutze? Oder etwas? Nein. Was für ihn? Ich weiß, dass es ein schlechtes Zeit für ihn ist, aber nach dem Motorhof... Larry... Larry hat etwas gesagt, um die Schrauben zu halten. Was willst du? Meine Glückwunsch, um seinen Schrauben zu lösen? Deine Verpflichtung. Geh, was du musst. Yeah, Leichenflattern! Nein, das ist natürlich nicht witzig. Ein bisschen vielleicht. Wahrscheinlich eine Hosentasche, oder? Hier vielleicht? Oder hier? Hier geht's. Zwei Quarter... ... und eine Weile. Warte, das ist so krank... ... wie sein Gehirn auch noch verteilt ist. Ich meine, oh... Ich meine, ich bin ganz ehrlich, Larry ist echt ein Wichser... ... und normalerweise hätte ich mich auf Kanys Seite gestellt... ... aber einfach so jemanden umzubringen... ... das finde ich schon ein bisschen sehr krank, also... ... das muss doch nicht. Ah. Ah. Hat deine Schnauze. So. Musst du noch ein paar Leuten den Schädel einschlagen, oder was ist los? Hm. Wir wissen nicht, wo es geht. Es sieht, dass es wahrscheinlich geht direkt in die Nachricht. Ich kann herausfinden. Du weißt, dass du das nicht musst, richtig? Ich weiß. Ich will nur nach Hause. Das wird uns helfen, nach Hause zu gehen. Okay. Du wirst okay. Was mache ich, wenn ich rauskomme? Schau, ob du auf der anderen Seite der Tür gehst und es öffnest. Hoffentlich passiert da nichts, ja. Du bist okay? Du hast jemanden gesehen? Nein. Oh, but there's a man outside. Where the hell are you going? What do you care? Kenny! Lily. I'm sorry. We gotta go. I know. I just need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? Yeah, this is good. Shit, he's gonna get us all killed. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Was denn jetzt schon wieder? Wow. I told you there was something up in this room. It's a goddamn human slaughterhouse. Oh, cool. Ich kann mich ein bisschen fortbewegen. Das werden wir uns aber alles erst in der nächsten Folge genauer ansehen. Ja, ich weiß, heute ein bisschen kurz, aber ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss. Da können wir auch mal ein paar Minütchen weniger machen. Warum, weil letzte Folge auch wieder ziemlich lang war. Ähm, ich kann nicht gerade sagen, dass ich Kenny's Tat befürworte. Ich kann natürlich verstehen, warum er es gemacht hat, klar. Aber das war doch ein bisschen krass. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Larry es wahrscheinlich sowieso nicht geschafft hätte. Ich meine, Larry war ein ziemlicher Wichser. Er ist mir tierisch auf die Nerven gegangen. Und, ähm, ich werde sicherlich keine Tränen um ihn vergießen. Aber es ist natürlich für Lily ein bisschen scheiße jetzt, dass er tot ist. Klar, verstehe ich total. Ähm, ja. Wollen wir mal schauen, wie sich das auf die weiteren Ereignisse hier auswirkt. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen versuchen, hier wegzukommen. Und nicht als nächste Mahlzeit für diese abgefuckten Kannibalen zu enden. Ich sage auch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Walking Dead. Auf Wiedersehen.